Wenn man schneller reinfährt, dann geht der langsam ganz leicht in den Untersteuer. Um das zu kompensieren, muss man vom Gas kurz gehen, dann kommt man hinten im Heck rum und dann kann man sehen, wie das geht. So, jetzt steuert er. Untersteuert er. Gehe ich vom Gas weg. Merken Sie, wie das Heck kommt. Somit stabilisiere ich ihn wieder. Hier auch. Gehe ich weg. Und dann kann ich schön die Linie auf der geraden rausnehmen. Und den ganzen Speed mitnehmen. Sie machen das hier langsam oder schnell? Nein, die ganze Zeit spiele ich mit dem Auto. Jetzt gehe ich weg. Jetzt gebe ich Gas, weil ich ihn nicht stabilisiert habe. Hier ist auch vierter Gang. Jetzt gehe ich weg vom Gas. Merken Sie, wie es hinten rumkommt? Jetzt geht es weiter ran. Jetzt wird er voll auf... Jetzt gehe ich weg. Schauen Sie, wie er rumkommt. Ja, wer kommt? Ja, wer kommt? Ist auch gut? Ja. Aber so kann man das Untersteuern unterbinden, indem man ganz kurz vom Gas weg geht. Dann kommt er hinten mit dem Heck. Ja. Und dann stabilisiere ich ihn wieder geradeaus und dann kann ich Vollgas geben. So ein geübter Fahrerreich. Und am Scheitelpunkt. Ja. Aber so glaube ich, was der mit seiner...